...dem Herrgott sei Dank! Schatz! Andreas! Andreas! Ich hab gedacht, du seist tot! Beinah wärst du gewesen! Meine Lieblinge! Meine Herz allerliebst! Oh, wie wunderbar! Sie sind ein großer Mann! Ja? Ein großer Mann! Ja, wirklich! Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben! Komm, jetzt raus! Das Ort ist nicht sicher! Ja, ja, alles klar! Ja, ja, alles klar! Ramos! Ramos! Ich hab was für Sie! Ein Moment! Äh... Dankeschön! Thank you! Vielen Dank! Herzlichen Dank! Guess it was a pleasure! Ja! Vielen Dank! Vielen Dank!